Die letzten Einkäufe gemacht Die letzten Einkäufe gemacht Aber der Notruf kommt vorher Am Ostufer Steinhuder Meer Ein Kind ist im dünnen Eis eingebrochen Der Doktor grummelt Tempomann Der Flieger lässt das Triebwerk ab Ein Dutzend bunte Lämpchen sind zu testen Und kaum dass er den Tauer ruft Hat er den Vogel in der Luft Quer überm Platz und auf dem Kurs nach Westen Schon taucht er einem düsteren Grau Hier kennt er jeden Busch genau Jeden Schornstein, alle Hochspannungsmasten Doch keine fünf Minuten sind verflogen Also schon beginnt sein Ziel In Bodennähe zu ertasten Ein zweites Flugzeug Phoenix 3 In 300 Fuß ist dabei Den Seen größerer Höhe zu umkreisen Um aus der besseren Übersicht Der Golf November Die ganz dicht über dem Wasser schwebt Den Weg zu weisen War da ein Schatten unter Mais? Die Golf November ist im Weiß Von aufwirbelndem Pulverschnee verschwunden Da war's in Position 9 Uhr Da drüben links 3 Meter nur Da ist es, ja sie haben es gefunden Der Flieger setzt im Schwebeflug Seine Maschine fest genug aufs Eis Um mit den Kufen einzuweichen Und hält sie dann in Maßarbeit Wie festgeschraubt zwei Finger breit Über den trögerischen weißen Flächen Der Doktor wagt's und seilt sich ab Steigt auf die Kufe Viel zu knapp die Zeit, um Rettungsgerät zu besorgen Kniet hin aus waghalsigem Stand Packt zu und hat mit sicherer Hand Die kleine leblose Gestalt geborgen Leistung und Steuerknüppel vor Die Golf November schießt empor Und wieder ist sein Wettlauf um Sekunden Und bald ist die kostbare Fracht Behutsam versorgt und bewacht Hinter gläsernen Kliniktüren verschwunden Das war's, die Anspannung schlägt Um in Müdigkeit die zwei Stirn rum Keiner hat ein Wort herauszubringen Während da drin mit aller Kraft All ihrer Kunst und Meisterschaft Ein Dutzend Menschen um ein Leben bringen Dreitausend Stunden auf dem Bock und immer noch der gleiche Schock Den hilft keine Gewohnheit überwinden Eintausend Einsätze und mehr und immer noch genauso schwer Sich mit unserer Ohnmacht abzufinden Die Front ist da, ist dunkel schon Und in der engen Wachstation Sind bleiche Neonleuchten angegangen Der Flieger füllt den Dienstplan aus Der Doktor sieht zum Fenster raus Und ein Gedanke hält die zwei gefangen Doch keiner, der das Schweigen bricht Die winzige Chance nur mehr nicht Beide würden sie viel dafür geben Und da zerreißt das Telefon Die Stille in der Wachstation Und eine Stimme sagt, das Kind wird leben Der Doktor hängt den Hörer ein Der Kaffee dürfte bitter sein Egal, ich nehme Tasse, du auch einer Der Flieger nickt von seinem Platz Und schreibt Anlass, Rettungseinsatz Besondere Vorkommnisse, keine Untertitelung des ZDF, 2020